Nein, der fiel ab und mach dich schau! Nimm die Damen! Na, da ist irgendwie noch eine Zwischenz... Gebt mir dann ruhig schon weiter. Ja. Ist da kommt doch nicht gleich Wilhelm oder so? Müssen wir jetzt eigentlich hin? Aber wir laufen falsch, ne? Ach, du hast... Nein, die laufen richtig, die laufen... Ja, du hast die Quest eben nur geändert. Ja, ich hab doch gesagt, lauf weiter. Ich weiß nur, grad nicht mehr wohin. Ah, jetzt. Platzierativen als Damen, oh, Gegner! Hallo, du Schock-Nomade! Hallo, du Schock-Nomade! Ich komm wieder mit... Komm. Komm schon mit Slack. Ja. Oh, ich hab auch Slack. Ja, doch auch Slack. Ach so, ja. Wir haben alles Slack, oder? Und wir haben oben... Ja, ich hab Sniper Slack eher, ne? Ja, ich hab SMG. Ja, das hat der da oben auch. Sniper Slack. Lalalalala. 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 Aber Slack die mal, dann kann ich die auch so erledigen. Ah, hier ist ein Psychoklassenmord. Oh, bestimmt jeder. Ja. Klar. Schießt du da noch besser, wenn ich besoffen bin? Hehehe. Schießt du da noch besser, wenn ich besoffen bin? Oh je. Oh je. Stupse sie einfach in den Bauch, wenn ich den Sprengstoff hochjagen soll. Ich muss ihn fernzünden. Ja? Oh. Oh. Hoppla! Ich höre den Zug! Hm. Trau der Sache nicht. Ich irgendwie auch nicht. Mal jetzt. Kapott. Ui! Die Rakete, die letzte. Fliegt irgendwo anders hin. Hehehe. Ups. Da geht's! Da geht's! Da geht's! Wer schreut euch da hinten um? Ey. Pisst er da oben? Mal gucken mal, Hyperion Zug. Ja. Oh. Chill da. Entführe den Hyperion Zug. Check, check, check. Yo. Pfff. Pfff. Gibt's das vor dem Hoop? Das ist ein Rapsong von mir. Pfff. Ja, ne, ist klar. So. Noch rein oder nicht? Noch rein oder nicht? Noch rein oder nicht? Okay, wir reisen schon. Hehehe. Halber gedrückt. Like. End of the line. Und das komische ist, es ist eigentlich ein Level im Level. Hm. Weil das gar nicht so ne riesen Welt ist. Wieso? Geil. Roll. Rollbrau. Geil, geil. Ich glaube, wir könnten ja eigentlich bänden, ne? Obwohl, wir haben jetzt... Ah, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich weiß das nicht. Mal verkaufen. Aber halt nicht die Quest noch bänden, ne? Ja, ich muss auch so Sachen noch verkaufen. Oh. Boah, was für Müll. Munition. Ey, kauf dir auch noch Feuermunition. Ja, ja. Das ist ewig. Boah, was ich hier für Scheiße hab, ne? Habt ihr vielleicht gehört gerade? Jep. Das geht meine zweite Festplatte auch noch kaputt. Also ich bin weg, tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hab tschüss gesagt. Ciao, verpiss dich. Ciao. Hau jetzt ab. Ja. So braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat. Sind sie ein bisschen schwächer. Hm? So, Zentrum, sind wir noch wieder zu zweit. Kriegen wir hin. Wir haben Slack, wir haben alles. Ich hab mal Shade gewechselt. So, ready for take off? Ja. Warte, ich schau mal, bevor... irgendwas passiert. Ja. Tust du. Ah. Kann ich nicht mehr... Wir können auch nicht mehr lange. Müssten gleich die zwei Stunden voll haben, ne? Gleich. Hm. Wann haben wir denn aufgenommen? Einen halben Stunde ungefähr, erst. Hm-hm. Ach komm, stirb. Was ist das denn? Hm-hm. Oh, die ist... Nein. Was denn? Noch mehr. Kommen nur noch Roboter. Jo. Du hast keine Korrosionswaffe, ne? Du hast Sniper. Okay. Nur Sniper. Andere hatte ich nicht. Und bis ich da bin, sind die schon alle kaputt. Warum? Darum. Tschüss. Komm. Hey, die nerven grad. Komm ab. Du hast doch... Ich weiß nicht warum ihr eure Fähigkeit nicht so auf die einsetzt. Ich übertreib's ja mit meinen Fähigkeiten. Wie oft meine dann nachladen muss. Es passt besser, wenn ich größere... ...steckere Gegner dann nutze. Wenn ich... ...dich einzusetzen. Naja... Danke. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Ach, scheiße. Da kommen schon die nächsten. Ich hab' vielleicht keine Munition mehr dafür. Egal, ich hab' kurz grad noch einen Granatenwerfer. Ui. Okay. Granatenwerfer hab' ich auch noch. Dann hebe ich aber nur den äußersten Notfall. Auch für den gepanzerten Waggon. Das Ding vielleicht. Ja... Oh. Was haben wir denn hier noch? Dude. Aber lass mal erst mal gucken. Das nehm ich... Ja, das ist... Brauch ich gar nicht... Das eine ist meine Klassen. Deswegen. Das eine aber nicht. Nein. Aber das andere war meine Klassen. Signale Gesch... Ich hatte ein SMG noch gekriegt. Geschwindigkeit... Was hab' ich denn... Ach ja, Feuerrate hab' ich ja erhöht. Stimmt ja. Dann behalte ich das aber eher. Die Feuerrate drin. So. Passt besser. Gibt's kein... Können wir hinreisen? Okay. Keine Sorge. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Oh je. Autsch. Der Kammerschlüssel ist nicht im Zug. Ist hier ein Abbrechensoldat? Sorry. Geht das nicht mit dem Ding? Nein. Das ist nicht gut. Wilhelm hätte uns in Newhaven beinahe alle gekriegt, ohne selbst einen Kratzer abzukriegen. Wenn es zu heftig wird fliegen. Roland irrt sich, Kammerjäger. Du kannst Wilhelm besiegen. Ich verspreche es dir. Ja, schaffen wir es schon. Ja, ich verfolg den... Slack den ja die ganze Zeit schon. Ja, ich merk's. Sobald er nicht mehr geslackt ist, direkt Bescheid geben. Ja. Nicht mehr. Oh nein, web 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 web, Schildroboter, Schildroboter, Schildroboter. Falsch still. Christi... Nein, das war der Falsche. Ja. Jetzt hab ich... Nein, 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 wie kriegt ich... Hm? Ich krieg den schon. Naja, Ruhe ist. Schildroboter echt. Ja, die sind nervig. Kannst du noch eben den ablenken? 5 Sekunden? Wen? 5 Sekunden eben was ablenken. Einen großen? Ja. Sein hässiges Schild ist wieder da, ne? Hm, hm. Bye. Ciao. Ciao. Bye. Kriegst du irgendwie nen kleinen Roboter bei dir? Ne, ja nicht. Ah, scheiße. Weil ich bald... Komm schon, 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 komm schon. Baby, yes. Boah. Der nervig, dass es manchmal ist, ne? Ja, der Badass, der nervt richtig grad. Guck, meinst du das grad' ich mache? Ja, merk ich schon. YOLO. Autsch. Boah. Was war das denn für'n Scheiß? Deine... Granaten, ne? Friss. Friss. Friss alle Granaten, ich hab. Bye. Dennis, kriegst du da was noch? Ja. Passt schon. Das hat ihm ganz gut gepasst. Ja, ich hab keine Sniper-Munition mehr. Ich will nicht sagen, aber ihr redet hier. Ja. Schon gesehen. Nein, ich hab... Nein, komm schon, ey. Kriegst du den da hinten? Nein, der holt immer Schilder. Weil dann kümmere ich mich eigentlich immer um dieses Scheiß-Better jetzt und so. Wenn ich die hinkrieg. Wenn du das verschaffst. Wenn ich die hinkrieg. Ja, tschüss. Autsch. Nein. Scheines Badass. Ich hab' auch gar keine Munition mehr, so wirklich. Alle Munition ist weg. Ich hab' gar keine mehr. Ah. Alter Schwede. Ich hab' keine Munition mehr. Ah, down. So, oberkrass mit dem. Ja, ne, ich schon. Ich muss noch mal kurz zum Waffenladen hin. Äh, wir haben keine Munition, auch allgemein so nicht, ne? Ach, wir kommen da gar nicht mehr hoch, ne? Nein. Kann man da nicht wieder hochreißen? Nein. Wir können, glaub ich, reißen, oder? Probier mal. Hm? Ach, guck mal, der hat aber noch gut Schaden, ne? Warte mal ganz kurz. Ich hör' mal meinen Raketenwerfer raus. Ja, mach das. Ich muss erst den Badass. Jetzt hab' ich gleich keine... Keine Munition, oder kein Leben mehr. Ah. Ah. Guck mal nicht, dass du den Schild-Handy da wegkriegst. Oder? Okay. Hm-mm. Oh, das gibt's nicht, ey. Okay. Los, jetzt hau' ihn runter, hau' ihn runter. Ich kriech' ihn nicht, ich kann hier so viel... Ey, meine ganzen Waffen sind nicht nachgeladen, ich kriech' ein Rappel. Bye. Hm-mm. Ja, also wenn du alles verschießt und keine Waffen nachgeladen hast, also so was... Ja, ja, ich weiß. Ich schieß grad' die ganze Zeit mit dem Raketenwerfer auf den Affen. Ja, der ist gleich down. Boah, du Badass, verpiss dich endlich. Ja. Ja. Ah, nein, der Sponge schon wieder so'n Schild-Wix. Ja. Ah, jetzt hab' ich keinen, äh... Ja, oh, ne' Web-Bot, ey. Ja. Ja. Hau bloß den Web-Bot weg. So weg ist er. Hier, friss. Hm-mm. Wir haben ihn aber gleich. Friss, friss, friss. Jawoll. Boah, ey. Und da kommt noch mehr Überraschung. Willhelm hat einen Energiekern fallen gelassen. Schnapp ihn dir. Laut meinen Sensoren ist er 50-artig. Schnapp ihn dir. Hab' ich schon. Ich krieg' nämlich noch grad' Überraschung. Wie, Resistenz? Wom ist der gegen Feuerresistenz? Was soll das? Boah. Okay, einfach sterben. Ohne wird sich rum. Sterb. Geh drauf, ey. Box dich einfach. Aha. Boah. Boah, endlich, ey. Ah, der ist jetzt auch da. Geschafft. Oh. Hui, Daivin, ne? Fleck, Kumio. Was denn? Schon wieder'n Gegner? Nee. Nee. Eigentlich fertig, ey. Oh, doch hier. Slack, Slack. Ah, komm. Es gibt's doch nicht. Ja, es gibt's doch nicht. Was? Eigentlich, du stirbst jetzt noch. Ich hab' wieder nix nachgeladen gehabt. Vor allem waren das auch noch zwei Stück. Ja, da kommt, oh, da kommt noch was. Du sollst mal langsam hier verschwinden. Ja, warte kurz. Ich guck hier noch mal kurz. Bis hier noch so ist. Kohle. Schön Kohle zum Verspielen. Ja, ich glaub mit dem Verspielen weht nix mehr. Meine Festplatte ist recht. Ja, können wir doch wieder aufs Green machen. Na ja. Müssen wir doch nicht in der Aufnahme machen. Das müssen wir jetzt noch beeilen, weil das gleich steigt er wieder. Hm. Hm. Jawohl, jawohl. Dann reist du mal. Kann ich reisen. Warte. Nee, weil du wieder im Menü bist. Ja, jetzt. Ach, zu. Als du gesagt hast, du kannst nicht reisen, da hab ich drauf gedrückt. Ja. Penis. Ich würd' ja schon reisen. Aber. Dann gehen wir mal schnell die Quest ab. Ja. Erwischt den Zug. Achso, da, genau, da, die, gib du die ab. Hm. Dann laufe ich ihm schnell zu anderen. Ja, mach das. Krass, krass, krass. Jawohl, next level. Nice. Yay. Dann. Ähm. Komm, lebe es ab. Ja, der Gegner ist heftig. So. Meine Miene, meine Miene. Müsst du doch noch eine Quest abgeben? Ja. Oder ist das schwarze Brett das? Ach, das ist der. Äh. Wo müssen wir dafür hin? Nach Sentry. Ja. Achso. Ja. Draußen ist die, ne? Nee, nee. Nee, nee, ist schon gut, oder? Ja, das ist wirklich draußen. Ich renne mal hin. Willst du grad hin? Ja. Kann ich nämlich grad meinen Punkt verteilen? Norbert, das Punkte noch. Ah, zwei Stück. Hab ich schon gemacht. Ich hab die High-Op-Funktion höher gesetzt, jetzt wieder. Ja, Granatenschaden. Ja, ich hab Lade, Lade verzögeln, das ist manchmal lächerlich. Mhm. Schuss auf den Schaden. So. Gesundheitsstatistik. Steigert Gesundheitsstatistik. Warte, fuck. Warte. Kühlzeit, yes. Komm, Hel, du musst herkommen. Warum? Alle Spiele erforderlich. Äh? Ja. Den Kern, den neuen Energiekern einsetzen. Jaaaa. Äh. Nein, nicht machen. Wieso? Machen wir beim nächsten Mal. Weil wir noch hier ne kleines Ausrufezeichen haben, was wir auch noch vorher erledigen müssen. Deswegen. Achso. Was passiert denn, wenn wir das jetzt machen? Hm. Zeh ich dir gleich. Na gut, dann würden wir sagen, beenden wir hier die Aufnahme und bis zum nächsten Mal bei Borderlands 2. Tschau, tschau. Tschüss. Tschüss. Sous-titrage ST' 501 ...